Die WM-Agenda 2010 Jetzt zur WM kann sich Deutschland alles leisten! Ja! Außer in der Vorrunde rausfliegen. Also, das geht nicht, Freunde. Das gibt's nur alle vier Jahre. Die WM-Sonderfinanzierung. 0% Zinsen. Laufzeit bis zur EM 2012. 0% 24. Super niedrige Raten. Das ist mein WM-Laden. Media Markt. Ich bin noch nicht blöd.